Stadt Österreich-Winkel im Rheingau. Die Wirtschaft fundiert auf Weinbau und auf Tourismus. Hier ein Durchgang durch den Ortsteil Österreich mit markanten Fachwerkhäusern und Hotel-Gastronomie. Die Österreicher Pfarrkirche, Sankt Martin, eine dreischiefige Hallenkirche, spätgotisch. Sie wurde 1508 begonnen. Eine Restaurierung erfolgte 1894. Der romanische Vorgängerbau stammt aus der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts. Eine besondere Sehenswürdigkeit, der Weinverladekran am Rheinufer aus dem 18. Jahrhundert. Untertitelung des ZDF, 2020 Weitere Sehenswürdigkeiten, die wir zum Teil schon in anderen Filmen präsentierten. Die St. Egidius Basilica in Mittelheim, das Brentano-Haus in Winkel, das Schloss Reinhardshausen, das Schloss Vollrats mit Wohnturm und das älteste Steinhaus in Deutschland, das sogenannte Graue Haus. Ein romanisch profaner Bau.